Das Bahnsystem in Deutschland ist kaputt gemacht worden von dem Management der Deutschen Bahn AG. Vielleicht kann man auch die These vertreten, dass es vorher den Menschen viel zu gut gegangen ist. Man kann nicht bloß Vorsitzender sein, wenn die Sonne scheint und ein laues Lüftchen weht, weil am Ende des Tages ist das natürlich nicht bloß an die Nerven gehen, sondern es ist auch ein Stück weit an die Grenzen der Gesundheit gehen. Für Bahnreisende bedeutet unsere Ankündigung, dass der erste Streik 35 Stunden lang ist, am Freitag für den Personenverkehr 13 Uhr endet, für den Güterverkehr 5 Uhr und dass wir dann ohne weitere 48 Stunden Ankündigungszeit einzuhalten, den nächsten Streik kurzfristiger ankündigen. Wir werden die Reisenden trotzdem so rechtzeitig informieren, dass sie nie aus den Medien erfahren, wenn sie schon auf dem Bahnsteig stehen, dass jetzt der Zug nicht mehr kommt. Aber wir wollen keinesfalls mehr 48 Stunden vorher ankündigen und damit der Bahn weiteren Schaden zufügen im Sinne von, sie kann nicht mehr reagieren mit dem Notfahrplan. Nun, es wird ja viel spekuliert, ob man die Maximalforderung, die wir gestellt haben, überhaupt erfüllen muss, ob die 35-Stunden-Woche am Ende kommen muss. Wir haben alles versucht, von der Bahn ein Entgegenkommen zu erreichen. Sie wissen, das Moderatorenpapier, das entstanden ist mit dem Vorschlag, erst eine Stunde, ein Jahr eine Lücke und dann noch eine Stunde abzusenken. Da waren so viele Elemente drin, zu lange Laufzeit, Flexibilisierung der Cargolockführer. Auch die Frage des Eingriffs in ein Wochenende. Haben wir ablehnen müssen, das Moderatorenpapier war nicht einigungsfähig. Das hat mit Kompromissläusigkeit nichts zu tun. Der Tarif funktioniert so, es zählt immer das Gesamtpaket. Und mit diesem Gesamtpaket, so wie es die Moderatoren auf den Tisch gelegt haben, wären wir bei unseren eigenen Mitgliedern auf Widerstand gestoßen. Sie müssen sich das mal vorstellen, wie das zurzeit im Markt ausschaut. 28 Eisenbahnverkehrsunternehmen mit insgesamt 15.000 Eisenbahnen. Die haben also die 35-Stunden-Woche bereits, wenn noch Zeit versetzt. Die haben 420 Euro, die haben 24 Monate Laufzeit. Die haben, die haben, die haben. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn, die unsere Mitglieder sind und die jetzt in den Arbeitskampf stehen, die sollen jetzt, weil ihr Arbeitgeber einfach behauptet, es geht nicht, sollen jetzt ein anderes Tarifergebnis zur Kenntnis nehmen. Warum? Nur weil die Bahn was anderes will oder weil man sich einfach hinter der Aussage verstecken kann. Das geht nicht. Das wäre manch einem recht, wenn er die Glaubwürdigkeit erschüttern könnte. Aber ich sage Ihnen ganz offen, das Zugeben eines Fehlers ist überhaupt kein Vertun. Das gehört sich übrigens, während wir beim Management der DB und in anderen Bereichen erleben, dass Fehler nie zugegeben werden, können wir das. Punkt 1. Punkt 2. Es geht gar nicht darum, was die Moderatoren niedergeschrieben haben und ob Herr Seiler das uns angeboten hat, hat er nicht. Das Angebot der Bahn war immer eine Stunde Wochenarbeitszeitabsenkung und eine halbe Stunde sogenanntes Wahlmodell. Und das ist kein Entgegenkommen. Ich glaube, dass die Gewerkschaftsbewegung insgesamt auch erstarken musste, weil die Entreicherung, die in den letzten Jahren hier bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stattgefunden hat, markant ist. Und wenn meine Kolleginnen und Kollegen mir erklären, dass sie nicht mehr jedes Jahr in Urlaub fliegen können mit ihrer Familie, weil das Geld einfach nicht mehr reicht, für das tägliche Leben viel mehr ausgegeben werden muss, da muss auch eine Gewerkschaft mutiger sein und andere Einkommensforderungen stellen, als in Zeiten, wo die Inflation flachgehalten ist und wo wir rundum, ich sage mal, einfach besser insgesamt im Lande dastehen. Vielleicht kann man auch die These vertreten, dass es vorher den Menschen viel zu gut gegangen ist. Und erst über die entstehenden Engpässe, über die Not, die bei manch einem eingetreten ist, ist die Erkenntnis gereift, wir müssen etwas dagegen tun. Und da kommen wir genau an den Nukleus. Ich habe das so gelernt, dass Soziale in der Marktwirtschaft vertreten die Gewerkschaften. Wer, wenn nicht die, sind dafür verantwortlich, dass eine Teilhabe stattfindet, dass eine Teilung der entstehenden Gewinne in einem vernünftigen Verhältnis vorgenommen wird. Und da sind wir beim letzten Punkt wieder bei der DB AG. Voriges Jahr 14 Prozent Grundgehalt erhöht und Boni in Millionenhöhe abgefasst. Aber wenn die direkten Mitarbeiter ihre Einkommenserhöhung fordern, dann wird hier ein Lamento losgelassen unter der Überschrift, das geht nicht. Man kann nicht bloß Vorsitzender sein, wenn die Sonne scheint und ein laues Lüftchen weht, sondern man muss auch Vorsitzender sein und die Interessen der Mitglieder vertreten, wenn es stürmt und wenn es am Ende des Tages auch schneit und regnet. Von daher ist das, was ich hier tue, nicht der viel berühmte und immer wieder hervorgeholte letzte Kampf eines Mannes, der bald in die Rente geht, sondern das ist die Interessenvertretung von GDL-Mitgliedern, von Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern, die es einfach verdient haben, bessere Arbeitszeiten, höhere Einkommen zu erhalten, als das bisher der Fall ist. Es ist die CDU, CSU gewesen, die über Jahrzehnte auch den Verkehrsminister gestellt hat. Der hat zugelassen, dass dieser wild gewordene Bahnvorstand das Netz in Deutschland in Grund und Boden gefahren hat. Österreich, die Schweiz, die lachen über uns, weil sie eine funktionierende Eisenbahn haben, wo die Gelder eben nie in ausländischen Aktivitäten verheizt worden sind, sondern wo die Gelder in das Schienennetz der Schweiz, in das Schienennetz in Österreich gesteckt worden sind. Und von daher müssen sich all die Verantwortlichen in der Politik fragen lassen, wann sie endlich aufwachen. Das Management, das die Karre in den Dreck gefahren hat, wird die Karre niemals aus dem Dreck rausziehen. Ich bin sehr konservativ. Ich halte das übrigens auch nicht für ein Schimpfwort, sondern nach meinem Verständnis heißt das werteorientiert. Und deshalb bin ich in der CDU. Das heißt doch aber nicht, dass ich wie ein Lemming die Thesen vertreten muss, die irgendeinen CDU-Politiker loslässt. Ob das Frau Connemann ist, die Streikrecht einschränken will, ob das Herr Linnemann ist, der mein Generalsekretär ist. Ich bin doch nie Parteimitglied geworden, um mich mundtot machen zu lassen über die Mitgliedschaft. Wenn ich Kritik über mich höre, sehe oder lese, schaue ich mir das ganz genau an. Wenn es berechtigte Kritik ist, dann stelle ich das ab. Wenn ich aber dafür kritisiert werde, dass ich ein Bundesvorsitzender einer Gewerkschaft bin, der diese Gewerkschaftsmitglieder in den Arbeitskampf führt, dann stelle ich mir die Frage, in welchem Land ich bin. Ich habe das so gelernt. Grundgesetz, Artikel 9, Absatz 3. Alle Berufe können sich frei vereinigen. Das haben wir getan. Und jetzt will man uns untersagen zu streiken? Die Kritik an meiner Person dient doch nur einem Ziel. Ich soll als Person beschädigt werden, damit meine Mitglieder mich davonjagen. Das wird wahrscheinlich niemand erleben. Am Ende des Tages ist das natürlich nicht bloß an die Nerven gehen, sondern es ist auch ein Stück weit an die Grenzen der Gesundheit gehen. Wenn so Auseinandersetzungen laufen, dann kommt schon ein ziemlicher Härtegrad auf die Person zu. Aber das halte ich zum wiederholten Male aus. Und es gibt ein Mittel, das mich immer wieder hervorragend aufgestellt hat, nämlich im Anschluss daran eine Ayurveda-Kur. Und die werde ich im Spätherbst diesen Jahres machen. Drei Wochen Ayurveda wird mich gesundheitlich hoffentlich wieder komplett in einen erholten Zustand versetzen. Und dann wünsche ich mir, mit etwas weniger Kapazitätsverbrauch weiter tätig zu sein. Und das wird gelingen. Das Bahnsystem in Deutschland ist kaputt gemacht worden von dem Management der Deutschen Bahn AG, so wie es heute dort oben anwesend ist und agiert. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich bitte die Menschen, dass sie sich Gedanken darüber machen, in welchen Arbeitsrhythmen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner leben. Wie die in Anspruch genommen werden, zur Zeit mit zu wenig Personal an Bord, mit Überstunden. Alles Zustände, die gottserbärmlich sind und die aufgeräumt werden müssen. Wir kämpfen auch für ein besseres Eisenbahnsystem. Die Eisenbahn soll das Verkehrsmittel der Zukunft werden. In dem Zustand und mit diesem Management wird es das nicht. Und deswegen begehren unsere Kolleginnen und Kollegen dagegen auf. Und deswegen begehren unsere Kolleginnen und Kollegen dagegen auf.